Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, bei Mika Karawan in Denkelsbühl. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, vielen Dank, dass ihr wieder zuschaut, was ich so an Sachen zu erzählen habe und heute möchte ich mal wieder so ein bisschen in die Technik gehen. Wir haben die Woche ein Auto dazwischen geschoben, ein B-Mobil, wunderschönes Fahrzeug, Baujahr, oh Gott, ich glaube das waren 99, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn ich es nur richtig hinkriege. Und der hat eine AGM-Batterie drin gehabt, die war schon ziemlich fällig, also die hat sich auch schon richtig böse verzogen und da musste man unbedingt handeln. Also haben wir eine Lithium-Batterie eingebaut und ja, was soll ich sagen, also ich habe da den Kasten aufgemacht und habe ein paar Sachen gefunden da drin. Ich blende euch das dann mal zwischendrin ein, was wir da alles entdeckt haben. Wie zum Beispiel den Solarregler von Victron. Ihr seht, wie der angeschlossen ist, wie er verbaut ist. Die Listerklemmen, nein, nicht die Listerklemmen, sondern die Kabel zusammengezwirbelt, reingedrückt. Die halben Adern schauen raus, fürchterlich, also das geht gar nicht. Kurzschlussgefahr ohne Ende. Dann ein Wechselrichter, wo das Ende vom Kabel gegrimmt ist. Mal ganz egal, ob es ein kleiner oder großer Wechselrichter ist, aber die Adern hängen da schon raus. Das Kabel so schlecht gegrimmt, sieht man hier. Geht überhaupt gar nicht. Und das muss man natürlich alles ausbessern. Somit ist das auch schon fast eine, ja, war eigentlich ein Tagesjob, ist ein ganzer Tagesdrausborn, weil natürlich, ja, nur schnell Batteriewechsel. Ich darf natürlich das Auto, Fakt, hier nicht mehr von hochfahren lassen mit so einer Elektrik, weil ich war als Letztes dran an der Elektrik. Ich habe die Gewährleistung zu tragen und ich muss natürlich dann auch sicherstellen, dass das Fahrzeug sauber und ordentlich funktioniert. Jetzt haben wir dann an dem Tag eben eine kleine Not-OP gemacht. Das ist das Resultat. So schaut es jetzt aus. Ich habe zwei Verteiler kurz umgesetzt. Ich habe einen neuen Solarregler montiert, habe die ganzen Kabel auseinanderzogen, neu verlötet, neu gegrimmt. Und ihr könnt euch vorstellen, bei so vielen Kleinkabeln, wie lange das dauert, überall neue Krimpungen drauf machen, neue Schrumpfschläuche drüber ziehen und so weiter. Also das war mal ein guter Tag, wo da in das Land gezogen ist. Aber es hat sich rentiert. Kunde war danach glücklich, hat jetzt ein sicheres Fahrzeug, wo sicher und toll funktioniert. Mit ganzer 200 Amperestunden Lithium-Batterie vom WCS. Also eine tolle Geschichte. Und hat jetzt auch einen schönen MPPT-Regler vom WCS, damit auch vom Solarertrag was kommt. Weil wir haben drei Platten auf dem Dach gehabt. Jetzt sage ich mal grob, das waren dreimal hunderter Platten. Ich muss kein Rechengenie sein. Es war ein 7515 von Victron drin, der natürlich viel zu kleindimensioniert ist für 300 Platten, also für 300 Watt Peak. Weil 300 geteilt durch 12 könnt ihr selber ausrechnen. Also ist weit mehr wie 15. Man muss natürlich auch noch ein bisschen prozentuale Reserve einrechnen, damit ihr nicht immer am Anschlag arbeitet. Und somit haben wir jetzt einen größeren reingemacht. Und jetzt kommt auch das, was möglich ist, wirklich unten an. Und regelt da nicht ab. Also das war uns dann auch noch ganz wichtig. Ja, dann schauen wir noch in die Werkstatt zu unserem Umbauten, was wir da so haben. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt da einfach mal kurz hinter. Ja, man sieht auch hier wieder, wie sich auch meine Wenigkeit, wie soll ich sagen, überschätzen, unterschätzen oder falsch einschätzen kann. Das Fahrzeug kriegt einen Wechselrichter und ein Ladebooster kriegt Akkus, 400 Amperestunden, 3000er Wechselrichter und noch ein paar Kleinigkeiten wie Steckdosen und so weiter. Und ich möchte euch mal kurz teilhaben lassen, wie wir das Ganze hier montiert haben, weil das ist echt eine verdammt enge Kiste. Ihr seht hier schon, hier haben wir den, wo ist mein Finger, da, Solarquatsch, hier haben wir den, na, Ladebooster verbaut. Ich glaube, das schaut echt mega ordentlich aus, sauber verbaut, muss ich wirklich sagen. Also das gefällt mir richtig gut, das schaut richtig, richtig klasse aus. Da haben wir extra einen Winkel auch nochmal befestigt hier, damit wir den Tepus-Splitter sauber installieren können. Dann auf der Seite haben wir hier die ganze Verkabelung und auch nochmal zwei Batterien. Hier sind auch nochmal zwei Batterien drunter, sodass wir zusammen 400 Amperestunden haben. Und hier haben wir die Kombi reingebaut. Jetzt wird er sagen, oh, bei der Heizung, das ist aber gefährlich. Ja, wir wissen das. Wir haben aber für viel Abluft gesorgt. Die Ventilatoren gehen alle hier direkt ans Lüftungsgitter ran. Der Kunde weiß das auch. Nur habe ich hier bei dem Fahrzeug Faktor das Problem, es gibt keinen anderen Platz. Punkt. Es ist einfach nicht machbar, weil wo soll ich das denn noch hinmachen? Hier unten haben wir den Kühlschrank. Da unten haben wir nirgends Platz, da ist alles voll. Also auch da geht es nicht. Es ist schlicht und weg nicht möglich, das Ding woanders zu verbauen. In diesem Fach da unten kann man es nicht verbauen, weil ihr werdet es gleich sehen. Hier unten ist nämlich eine Verteilung drin. Voilà. Jetzt haben wir hier uns schon mit allen Mut zusammengerissen. Wir haben hier die Verteiler drauf gemacht, dementsprechend. Und die ganzen Sicherungen gesetzt und auch hier die Verteiler reingemacht. Es blieb uns auch hier nichts anderes übrig, außer das so zu tun, weil einfach nirgends anders Platz ist. Also das ist echt verrückt. Wir werden hier noch einmal ein kleines Shot reinmachen, damit wassertechnisch da nicht viel passiert. Wir sind hier im 12-Volt-Bereich da unten drin. Und jetzt kann ich natürlich hier nicht den Wechselrichter drauf machen. Das funktioniert ja technisch nicht. Also keine Chance. Also es blieb uns hier nichts anderes übrig, aber ich bin da guter Dinge. Weil wenn die Heizung läuft im Winter, so warm wird es dann da auch nicht. Und da durch das große Lüftungsgitter, wo wir da reingeschnitten haben, passt da richtig Luft durch. Also ich denke, das funktioniert. Wir haben es auch schon ausprobiert. Hier Heizung laufen lassen und alles. Voll Power. Und es ist nicht so heiß geworden, dass man es nicht mehr ertragen kann. Das Display haben wir hier oben hingemacht. Schaut sauber ordentlich aus. Warum haben wir das hier oben hingemacht? Ganz einfach. Vor der Tür war keine Chance mehr. Über der Tür. Hier ist schon alles voll. Und hier haben wir eine Rundung. Da passt das Display nicht hin. Und optisch haben wir dann gesagt, Mensch, dann machen wir es doch hier hin. Da schaut es dann am schönsten aus. Und da passt es am besten dazu. Dann haben wir hinten noch einen Gasmelder verbaut. Auch das war ein echter Act, bis der Gasmelder gesessen hat. Also das ist ein Riesen-Thema gewesen. Den haben wir hier unten verbaut. Ihr seht es. Da mussten wir natürlich auch hier durch, da unten ist der Kabelkanal durch, mussten wir setzen und schaut her. Dann haben wir hier oben, der ist natürlich nach unten kontaktet, haben wir noch den oberen Gasmelder hingemacht. Also ihr seht, es ist eine richtig komplexe Baustelle. Sehr viele filigrane Arbeiten. Das hat das Ganze natürlich ein bisschen aufgehalten. Wie haben wir die Verschaltung gemacht von den Akkus, kann ich euch auch verraten. In dem Fall, vier einzelne Akkus, haben wir eine Standverschaltung gemacht. Das heißt, ganz wichtig, alle Kabel gleich lang vom Akku weg zu diesen Verteilern eben darunter. Und dann von dort aus weiter zu den Verbrauchern. Die laufen perfekt, gleichmäßig, hat super funktioniert. Bloß anders ist das hiermit nicht zu gewährleisten, weil sonst hätte das Ganze gar nicht mehr funktioniert. Ja, so viel zu dem Einbau hier, wo wir uns einfach von der Zeit her auch ein bisschen verschätzt haben, weil natürlich alles ein bisschen filigraner geworden ist und aufwendiger wie gedacht. Aber es schaut klasse aus und muss ich sagen, kann man echt sehen lassen. Morgen ist Finale, zwei, drei Kleinigkeiten noch. Dann wird hier noch durchgewischt und durchgeputzt. Dann ist das Auto sauber und ich freue mich schon auf die Kunden, weil die kriegen das Auto morgen übergeben. Und da freue ich mich tierisch drüber, weil ich glaube, auch die sind mega glücklich. Und ja, das ist aber auch der Grund, warum das Video erst danach rauskommt, weil ich möchte natürlich, dass der Überraschungseffekt für den Kunden hier erst einmal bei uns im Laden ist. Und darum gibt es das Video erst nach der Abholung. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja, und hier haben wir unseren Adria, der auf der Hubstützenanlage ist, also Quatsch, auf der Hebebühne ist. Warum? Weil wir hier gerade unten die Standheizung verbauen. Hier legen wir aber zusätzlich noch Lüfterröhre zum hinterm Wassertank, wie zum Frischwassertank, Abwassertank und in den Innenraum. Das zeige ich euch dann, wenn es abgeschlossen ist, wenn es fertig ist. Und das Auto habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt, wo die Listerklemmen rauskommen sind. Ich wollte euch bloß nochmal hier zeigen auf unserer neuen Bühne, wie das hier ausschaut. So können wir jetzt hier sauber arbeiten. Hat man unten genug Freiraum und nach oben haben wir ja auch noch ein bisschen Luft. Also das funktioniert tadellos und somit können wir auch solche Arbeiten super gut durchführen. Also echt eine tolle Sache, muss ich schon wirklich sagen. Also da hat sich auf alle Fälle schon mal rentiert. Hier kommt noch Sog rein. Ich denke, dass der morgen auch da sein wird. Ja, und somit geht es auch mit diesem Fahrzeug Schritt für Schritt wieder weiter. Ja, Leute, ihr seht, immer viel zu tun. Man hat sich natürlich bei dem Fahrzeug, wo ich euch gerade gezeigt habe, ich will jetzt nicht sagen, verschätzt. Es war halt einfach schlichtweg mehr Arbeit wie gedacht. Mal eben da die Akkus reinzaubern, war nicht ganz so einfach. Und es muss ja auch alles gewährleistet, sicher sein. Und die Sternenschaltung hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet. Wir mussten ja auch vom Sitz mit einem guten Quadrat unten durch den Boden unten durch. Und da gibt es immer fast keine Wege beim Kastenwagen. Das ist immer so schrecklich. Langsam muss man wirklich was überlegen bei den Kastenwegen, weil das ist immer unheimlich zeitaufwendig. Das ist verrückt, was da Zeit drauf geht. Es glaubt einer immer gar nicht. Wenn ich sage, ich muss von da nach da mal ein Kabel legen, da ist man zwei, drei Stunden beschäftigt für ein Kabel. Und bei so einer Sternverschaltung, bei vier Akkus sind es mal acht dicke Brummer, wo da durch müssen. Also da ist schon richtig was geboten. Dann natürlich noch der Booster, dann natürlich noch der Wechselrichter und, und, und. Da kommt ein bisschen was zusammen. Und ich glaube aber, es ist ein ganz gutes Projekt von, auch wenn es der ein oder andere gleich vorneweg wieder kritisch sehen wird, weil Wechselrichter an Heizung macht man nicht, wissen wir auch, wissen wir selber selbstverständlich. Aber wie gesagt, wir haben für gute Lüftungsdurchsetzung gesorgt. Leider gibt es in diesem Fahrzeug Faktor keinen anderen Platz. Das ist einfach schlichtweg das Problem. Und somit haben wir in den sauren Apfel gebissen, haben das aber auch durchgetestet. Es funktioniert tadellos, die Heizung wird nicht so warm, das Lüftungsgitter, der Wechselrichter kriegt die Hitze schön weg. Und jetzt sind wir mal gespannt im Dauereinsatz. Mehr nicht, dann lassen wir uns da noch was einfallen. Dann machen wir noch ein kleines Gebläse rein oder irgendwas. Es wird jedenfalls definitiv funktionieren. Ich freue mich, dass wir so schön durch sind. Und ja, ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen, für die interessanten und tollen Kommentare von euch. Finde ich echt toll. Also ganz, ganz lieben Dank auch dafür. Und wie gesagt, seid ihr ein bisschen verrückt, dann drückt auf Abonnieren. Über ein Like freuen wir uns natürlich immer, ganz besonders. Genauso wie wenn ihr die Glocke drückt, weil dann verpasst ihr meinen ganzen Schwachsinn nicht mehr, was sie hier von mir gibt. Wir haben dieses Jahr viele interessante Themen, wie unseren Solartest und so weiter. Und es werden noch viele Sachen kommen. Ich freue mich tierisch drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Und in dem Sinn sage ich ganz lieben Dank. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.